Dieses zum Kauf angebotene 6 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich in Rösrath. Das im Jahr 1990 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über eine Einbauküche, einen Balkon, sowie drei Parkplätze. Das Haus verfügt über eine Einbauküche, einen Balkon, sowie drei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1140 m² bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 272 m². Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 893.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.